Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Herzlich Willkommen an alle Chicos und Chicas von draußen Der Skyline ist am Start Genauso wie eine kleine Runde Let's Laber Ich habe alles im Netz, das könnt ihr mir nicht nehmen Vorläufig wird erstmal Mir wird langsam schlecht, ich gucke jetzt mal hier in, das ist falsch In den nächsten paar Tagen wird kein Let's Play mehr hochgeladen Aus dem einfachen Grund, ich ziehe um, habe ich schon mal erwähnt Aber ich dachte, ich mache jetzt mal ein Großvideo nochmal draus Habt also bitte Geduld Vielleicht habe ich jemanden am Start, der Der Weiler selber was aufnimmt Und, boah ist das mir schlecht Let's Kotz machen wir auch noch irgendwann Der das Video, der Videos erstmal hochladen wird Als Überbrückung, vielleicht bleibt er auch komplett für ewig und so drin Wäre voll cool Der macht Computerspielen naht und Weise Ich brauche noch einen Playstation und einen Wii Typen mit dabei Dann habe ich für jeden was abgedeckt Ganz cool eigentlich die Idee Ja der Beweis, dass umgezogen wird Die Wohnwand ist leer, die Wohnwand ist leer, das da ist weg Der Wohnwand ist leer, der ausgesonderte Müll Hier stehen noch zwei Kartons, da ist noch ein Karton Im Schlafzimmer ist noch ein Karton Ein paar Kartons stehen hier noch in der Ecke Und langweilen sich Und ich muss hier ganz dringend raus Ich weiß nicht, ob man das sieht Ah, die scheiß Fliegen haben sich hier eingenistet Weil Jemand so schlau war Und die scheiße Biotonne Bei der Müllabholung direkt unter meinem Balkon hingelegt hat Und ich habe Balkon die Tür offen Fick die hier ganz hart Die hier ist für dich, du Arsch Naja Wie gesagt, also Donnerstag kommt jemand vorbei Um mein Internet zu machen Wenn ich dann auch an dem Tag bei meiner neuen Arbeitsstelle auch frei kriege Dann sollte das kein Problem sein Ab Freitag, Samstag jedenfalls Wird dann wieder Let's Plays hochgeladen Nächste Woche Wenn, wie gesagt, alles klappt Ansonsten halt Mein Kollege mit Ein ganz spezielles Let's Play Total dumm Aber gut, wenn er spielen will, will er spielen Vielleicht kriege ich es noch irgendwie so oder so gebacken Mal ein Video mal hochzuladen Ich habe dann nämlich was Lustiges überlegt Was ich machen möchte Ansonsten Habt ein bisschen Geduld Es kommen wieder Let's Plays Kein Problem Und ja Habt ein bisschen zu sagen Tschüss Tschüss